Du hast es mir schon dreimal gesagt. Hallo? Ja, ok. Ups, ich wollte gerade sagen, von Schwierigkeitsgrad hältst du es erst mal um Grenzen. BAMS! Oh, du hast meine Vase zerstört. Als wärst du bereuen, du. Wäre ich das? Ich bin mir doch nicht so ganz sicher, man. Ok, bisher geht das auf jeden Fall klar. Ach, Arschloch. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Oh, und ein weiteres Herz für uns. Oh, wie schön. Fünf Herzen haben wir schon. Leck mich fett. Und was ist hier drin? Das nächste Musikinstrument. Und zwar... Du hast das Tritonshorn erhalten. Musst du mal Kaffee trinken, sonst ist es wieder noch kalt hier. Urunga-Steppe. Steppe schnell, in die Steppe. Und wir haben das zweite Dantrum geschafft, oh mein Gott. Ich möchte jetzt aber eigentlich... Eigentlich ist das auch eine Notwendigkeit. Bitte, mach doch hier irgendwas frei. Danke. Nein, weil ich kann so viele Sachen jetzt machen. Hier, guck mal, ich kann hier Gröll wegmachen. Und ich kann... Ich muss Gröll abschmeißen, hier Penner. Weil eigentlich müsste ich jetzt, wie gesagt, eigentlich nochmal das komplette Spiel durchlaufen. Uhu, der Windfisch ruht sanft in seinem Ei auf dem Berg. Jedoch beim Klang der acht Musikinstrumente, der Sirene, wird er aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. Nur so. Okay, zwei haben wir ja schon mal. Tamarandsberg. Ne. Das geht leider noch nicht. Okay. Alter! Ist das ein Gerät? Das krieg ich auch nicht angehoben. Einfach ins Wasser schmeißen, das wäre lustig. So, Problem, gelöst, Spiel ist durch. Ja, hier werden wir schon wahrscheinlich ganz zum Ende hin müssen. Also nach weiteren sechs Instrumenten, die wir finden müssen. Okay. Schauen wir uns das erstmal an. Ähm. Was ist hier? Eine Höhle. Guck mal, eine Höhle. Ein Hinweis, ein Hinweis. Wir können einfach ein bisschen erkunden jetzt, ne? Oh, ab. Oh, ab. Schön, dass mein Hund noch dabei ist. Er gefällt mir. Ach, die krieg ich noch nicht hochgehoben. Schade. Vielleicht die Totenköpfe. Aber ich komm dann da offensichtlich vielleicht noch nicht hin. Aber vielleicht kann ich ein bisschen was schieben. Ich aber tatsächlich erstmal nicht von aus. Och. Was? Was? Zum Hilfe. Was hat denn da gerade auf mich geschickt? Was schießt denn da auf mich? Die, die, äh, Sachen da, oder was? Ja, super. Okay. Genau, zurück und wieder rein. Mal resetten lassen. Wieso zum Teufel geht denn der Boden jetzt schon weg? Ach, oder das Feuerding macht das. Ich hab da gar nichts mit zu tun. Lieg ich an meiner Fettleifigkeit. Alter, wieso, wieso, wieso geht's denn, wieso geht das Ding denn da jetzt nicht kaputt? Ich werd wahnsinnig. Kann doch nicht wahr sein. Ich komm da noch hin. Zumindest will ich wissen, ob ich das Ding da verschieben kann. So. Nein, das geht schon mal nicht. Nein, das geht auch nicht. Okay. Gut, da bin ich halt fast tot. Mein Gott. Ist doch nicht schlimm. Also, da brauch ich auf jeden Fall erstmal ein besseres Kraftarmband. Ist in Ordnung. Aha. Guck mal. Eine Pflanze. Okay. Viel kann ich hier noch nicht machen. Ist in Ordnung. Dann gucken wir erstmal weiter. Vielleicht überleben wir es. Vielleicht nicht. Ich weiß es noch nicht. Oh. Es ging schnell. Komm, ist weg mit dir. Guten Tag. Ich brauch mehr Energie. Na. Es ist echt traurig, dass ich zu faul bin, das aufzunehmen. Einfach nur, weil ich mir die Zeit sparen möchte, wegen dem Text zu verwegen. Ach du, oh, du hast einen Teil der Macht gefunden. Jetzt bist du ein supergeiler Typ. Okay. Hier. Oh, was ist das hier denn? Geht weg. Hau ab. Okay. Dafür brauch ich das Floß. Hier ist ja, glaube ich, ein Floßverleih irgendwo. Ach guck, ich hab ja schon fast wieder voll Energie. Ich glaub, ich hab den jetzt gemacht. Was bist du denn? Auf jeden Fall bist du hässlich. Das kann ich so sagen. Oh. Okay. Schwimmen können wir offensichtlich noch nicht. Alter. Ich will nur ein bisschen, ein bisschen größer explodieren, du Sack. Aber ich bin hier gerade in einem Bereich, wo ich noch gar nicht hin soll. Mir ist völlig egal. Was ist das? Möchte ich da rein? Ich denke nicht. Vielleicht später. Was ist das? Wunderschlüsselloch. Hm? Was hat das zu bedeuten? Das frage ich mich auch gerade. Aber der wird garantiert hier. Ich sehe jetzt schon kommen. Hier da oben. Der Wasserfall wird sich dann, äh, bewegen. Ich trau mich nicht. Ach komm, es wird. Bäh! Okay, es ist ein Loch. Oder auch nicht. Hä? Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Ich gucke auf die Karte. Bin ich jetzt irgendwo anders? Nein. Gut, gut. Ähm. Ich weiß, ich bin wie gesagt jetzt hier gerade in einem Ort, wo ich noch gar nicht hin soll. Ist das eine Treppe, die mich runterfühlt? Ja, ne? In ein Dungion. Ah, okay. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Vielleicht von der anderen Seite. Das ist so quasi wieder ein Ausgang ist. Äh, na, okay. Ist doch nichts zum Hochheben. Ich kann einen Riesendonut. Wasser, Wasser, Wasser. Na, na, immerhin haben wir ein bisschen die Map erkundet schon mal. Aber hier können wir vermutlich noch keinen Boomtopf gewinnen. Aber hey, wir haben wieder voll Energie. Ist doch auch schön. Alter, die, die Viecher, die gehen mir richtig auf den Sack. Ich will dem in die Fresse hauen. Das war richtig hart. Komm her! Darf ich dich überhaupt treffen, oder? Oder ist das nicht drin? Pompompompoms. Moplins. Wie habe ich irgendwelchen Tieren angeglichen oder angenähert? Die sehen ein bisschen aus wie Kühe. Okay. Dann wieder den Beidenweg. Stellreisepunkte, wenn ihr ganz nah ist. Ah, okay. Kraftarmband. Hab ich verstanden. Hau ab. Joa, kommen wir hier eigentlich direkt runter, oder? Ups. Falscher Knopf. Falscher Weg. Ah, wir könnten eigentlich nochmal theoretisch zurück zum Friedhof gehen. Fäll mir gerade mal so ein. Oh, das ist gut. Weil das war ein Schwertschildfuzzi. Die mag ich nicht so gerne. Total, total. Okay. Ah, hier kam es ansonsten, glaube ich, für mich nichts großartig zu rollen. Ja, ja. Ach, guck mal. Geierwalli. Oh mein Gott. Ist das Geierwalli? Ich weiß es gar nicht mehr echt zu sein. Ja, ist mal schön, die eine richtig auseinandernehmen. So, ich bin Rocker. Ich darf das. Na, alles klar? Hallo, ich heiße Geierwalli. Ich, okay. Ich habe nicht mit so einer Frau gerecht. Egal. Egal. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Allein schon diese zwei... Egal. Zweideutige Sache. Ja, dann zahlst du mir zu viel zu Kopie nur für mein Geheimnis? Hm? Klar. Nö. Klar. Okay, Süßer, du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meine geheime Medizin. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Ja, das ist aber nett von dir. Das ist so nett. Hast du noch was für mich? Oder lieber doch nicht. Du hast ja schon. Achso, okay. Ja, ist doch nice. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Guckst du gerade nochmal, wo ich das finde? Ach, hier das Fläschchen links neben den Bananen. Weil ich immer noch keine Verwendung für habe. Gut. Ähm. Warte, ich hiermit. Ja, okay. Ich kann ein bisschen planschen, aber mehr ist das auch nicht. Also, das war so der Bereich. Da waren wir noch nicht. Es gibt noch einige Bereiche. Die sehr interessant sind. Teil auch am Strand und so, ne? Wie gesagt, eigentlich müssten wir alles nochmal machen. Überall nochmal hingehen. Das war jetzt die Geschichte mit den Zombies. Genau. So, aber hier können wir jetzt erstmalig hin. Ach. Super. Ich will das Gras hier zerstören. Könnte sein. Da muss doch was Tolles sein, wenn hier schon so ein Gras ist. Egal. Dann halt nicht. Hup, hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Wie viele Zaubermuscheln gibt es eigentlich zusammen? Ich weiß es gar nicht. Drei habe ich gerade mal. Wahrscheinlich hätte ich jetzt Punzession 14 haben können. Ah, können wir hier mal einen Blick rein... Oh. Oho. Okay. War das jetzt ein Geheimnis, oder? Ich habe sie nicht so ganz gerallt. Ja, ich kann die Totenköpfe hochheben. Hervorragend. Da kann ich mir noch ein Herzteil holen. Und das wiederum bedeutet... Ich kann mir... ...ein weiteres Herz holen. Aber ich habe ja schon drei Viertel voll. Hm. Hm. Warum eigentlich nicht? Hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Osten Urungasteppe. Okay. Das heißt, da wäre ich dann erstmal richtig. Ich gehe aber tatsächlich erstmal wieder zurück so ein bisschen. Wieso mal hier entlang? Ach, guck. Wir sind wieder in der Stadt. Oh, ich habe eine Abkürzung aufgetan. Oh, das ist super. Ich liebe dich. Aber nur mal kurz einen Blick so in jeden Screen mal werfen, ob ich vielleicht irgendwo jetzt was machen kann, was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe. Da drinnen war nur ein Herzteil. Da war jetzt nichts. DT war nur dat. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal, bevor wir nochmal durch den Wald streifen, äh, Richtung Süden. Und ich denke mal auch hier, wenn wir das ein oder andere nochmal machen können. Okay, bis der Ende ist wirklich stark in Grenzen. Aber ich könnte zum Beispiel beim Strand die ganzen, äh, Boote vielleicht hochheben. Ne, das wäre ja vielleicht schon mal was. Hier so rumfläuchen und kräuchen. Wo ist das jetzt mal der hier? Da war... Ne, im Tempel wird vermutlich nichts mehr für mich sein. Oh, wir haben mal den hier. Einfach zur Abkürzung. Okay, in unserer Situation ist das vielleicht gut. Aber jetzt hier, wenn ich mich hier einfach nur ein bisschen erkunden will, brauche ich sowas einfach nicht spielen. Wann verstehst du es denn endlich? Ist ja nett gemeint, aber es hilft mir gerade nicht weiter. So, machen wir einfach die Dinger hier kaputt. Ja, oder ich lasse mich von denen kaputt machen. Ich kann es nicht aufheben, ich werde bekloppt. Warum das denn nicht? Schwächling. Ah, super. Okay, warte. Vielleicht war der Weg doch umsonst. Nein, umsonst ist nichts, weil ich bin auf jeden Fall... Ich habe Erfahrung verdient. Ja, komm. Hau ab. Da kann ich immer noch nichts machen, ne? Ich weiß nicht, was diese Hülle soll. Ich ralle das nicht. Kann ich hier graben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay. Warum kann ich nicht im Wasser graben? Im Eulenperium damals, bei dem Spiel... ...wann die Wirtschaftssimulation... ...da konnte man erst recht einfach im Wasser bohren, um noch Öl zu suchen. Hier träge war es doch auch recht scheiße, meistens. Aber ist ja egal. Kann ich ja hier auch Büsche werfen. Ja, bitte schön. Wupp, 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 wupp. Oh, guck mal, das war echt eine gute Entscheidung, weil hier habe ich eine neue Kiste, die mir Rufis bringt. Oh, okay. Ich habe was... ...was Schöneres erwartet. Ganz ehrlich. Na gut, dann können wir jetzt mal weitergehen. What the... Wo sind wir hier? Oh, cool, neues Haus. Ein Shop vielleicht. Echt? Aber... Ja gut, 300 habe ich. Äh. Hallo, gibt es da kein Kelle oder führt der Weg dann direkt in die Höhle? Ich habe mich eigentlich sogar extra reinfallen lassen. Okay. Ähm. Können wir vielleicht nochmal unser Zauberpuder mal rausholen? Ha! Ja, super. Ich habe nichts angemacht. Gut, Dennis. Tolle Truhe, ne? Nein! Nein, 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 nein! Ich verstehe das Haus nicht. Nein! Nein, Mann! So. Haus an der Bucht. Mhm. Hm. Na, was mache ich denn jetzt hier? Da kann ich hier hochheben, da kann ich hier hochheben. Da kann ich das Bett vielleicht hochheben. Nein. Komm. Äh. Okay. Nehmen wir unsere Fäder nochmal zur Hand. Vielleicht muss man aber einfach alle Sachen hier brüchig machen. Ha! Warum auch immer. Vielleicht stürzt dann irgendwas ein und ich komme zu irgendeinem Ort, der ganz toll ist. Ich bin zu blöd, ey. Komm. Ne! 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 Ah! Ich habe fünfmal A gedrückt. B war ich natürlich. Ich kriege es nicht hin, ne? Ich komme da nicht weg. Das ist wahrscheinlich auch das Schwachsinn, was ich hier gerade treibe. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was Sela von einem möchte. Ich werde zumindest überleben. So. Okay. Hat wirklich nichts gebracht, ne? Super. Außer, dass ich mein Leben verschwendet habe. Hey. Aber was soll's? Was kostet die Welt? Das ist ja irgendwo in einem Gräsern ein Herz. Genau. Ich habe es doch gesagt. Okay. So weit komme ich wahrscheinlich nicht. Richtig? Hoh! Nein, komme ich nicht. Oh, ja. Ich bin zweifelstark. Ne. Okay. Gut. Oh, jetzt muss ich mir den Piepen hier vorlieb nehmen. Na, vielleicht sind die Gräser ja nochmal so nett. Dankeschön. Gut. Das heißt, hier kommen wir jetzt erstmal noch nicht weiter. Oh. Natürlich könnte ich mir jetzt aufschreiben, oh, du haust an der Bucht, aber... Ich habe mir jetzt schon so viel nicht aufgeschrieben, was ich mir eigentlich hätte aufschreiben sollen. Deswegen, ich lasse es einfach sein. Irgendwann wird der Moment wieder kommen, da komme ich nicht weiter. Kann ich die eine Banane klauen? Oh, ja. Das wäre jetzt ja vielleicht mal... Gehst du mal da aus dem Weg, so? Nein! Warum geht das denn nicht? Na, schon einmal mit Flur... Äh, ich möchte es nicht. Hm. Vielleicht werden ich ja immer die Affen sparen, dann kann ich mich mit dem unterhalten. Das kann natürlich sein. Oder verwechsel ich das gerade mit drum. Das würde ich auch nicht ausschließen. Aber ein bisschen Energie wäre nochmal ganz nice. Okay. Vielleicht kann ich ja jetzt hier auch meinen Kollegen, den Struppi, kann ich jetzt auch abgeben. Nicht, dass er nerven würde, im Gegenteil. Der hilft sogar. Aber vielleicht kriege ich dafür hier irgendwas. Oh, 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 oh. Gut, äh, immerhin 50 Rubine reicher. Äh, ist ja auch schon mal was. Das große Ei auf den Tamaransberg. Man sagt, der Windfisch schlafe darin. Warum? Frag mich was Leichteres. Ich wollte dich eigentlich gar nicht ansprechen, aber ist nicht schlimm. Von wo kommst du denn her? Nicht von der Insel? Wo soll denn das sein? Das habe ich ja noch nie gehört. Das war nur die Bücherei. Aber man kann jetzt natürlich auch mal... Kann ich das hin, eigentlich? Ich glaube, ich finde auch einen Hammer. Kann das sein? Ich weiß das nicht mehr. Also bei Link to the Past war das bei Link to the Past. Hier, bitteschön. Danke, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Struppi zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich ihr jeweils danken? Ja, da fällt mir schon was ein. Ah, ich weiß. Schmatz. Nein, das meine ich jetzt eigentlich nicht. Du hast einen Kuss von Madame Mio Mio erhalten. Zufrieden? Habe ich es jetzt nur geheilt, oder was? Ich will gerne ein bisschen mehr haben. Bonjour, mein kleiner Struppi. Sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Bist du, Struppi? Clef, Clef. Komm, dafür mache ich noch der Mobilar einmal kaputt kurz. Aber keine Sorge, du scheinst doch noch genug im Keller stehen zu haben, weil wenn ich hier wieder reinguck, stehe ich wieder alles so, wie es vorher war. Da findet mir aber echt nichts drin, ne? Warum kann man das dann kaputt machen? Ah, es ist ja wieder angekettet. Hallo, schöne kleine Make-up und bla 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 bla. Gut, äh, gehen wir nochmal hier herein? Was haben wir denn hier? Na? Ähm, wie soll ich es sagen? Aber, ach so, ja. Ah, ne. Ich kann von dir auch noch was kaputt machen. Die Pizza da Mario. Okay, auch nix. Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Da brauche ich nicht. Hast du vielleicht irgendwas Neues zum Gewinnen? Nein. Irgendwann haben wir die 980 voll, dann können wir uns endlich mal den Pfeil und Bogen holen. Der bringt bestimmt was, aber... Ach, das ist mein Häuschen, ne? Ich kann mein eigenes Gubilack kaputt machen. Guck mal, da sind auch Herzen drin, ne? Guck mal, das lohnt sich ja auch wenigstens. Guck mal, das ist mein Häuschen.